Ich bin der GravyGamber, ich begrüße euch herzlich und ich bin und ich spiele mit dem GravyGamber. 16 Position, das gehen wir in Ruhe abhängen, ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung. Es läuft ja irgendwie alles flüssig. Halt, geh um die Ecke, auf einmal kommt der und haut mich mit zwei Schlägen down. Gut, kein Wunder bei euch. Äh, keiner willst du. Geht der jetzt auch nicht besonders gut. Ich kann mich schnell bewegen. Geht dem Dressen. Huh! Hehe! Ich bin festgesteckt. Ja, Entschuldigung, was hätte ich machen sollen? Was bringt mir die Schnelligkeit, wenn ich nicht wirklich schnell weg werden kann? Was bringt mir das dann? So kann ich schneller rennen. Okay, ne? Hilfe! Danke für die Hilfe, Kollege. Der hat auch nicht geholfen. Der ist einfach vorbeigegangen. Oh, Mann! Ich bin hier so allein. Ah, den können wir wieder nicht reinnehmen. Ah, den können wir wieder spawnen. Das ist gut. Kann ich auf den Bär eigentlich? Auf dem Bogen? Ja. Ja, ich bin hier aber. Uh, hallo! Oh, hallo! Ihr ritt einer Bogenschützer. Oh, hallo! Die ritt einer Bogenschützer. wie denn das den bogen vom pferd geschossen das war lustig ja 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 ich mag die hüte nicht war nicht geschieben das pferd ist ein fahrzeug alles klar ja jawohl das wird schon ich treffe immer mehr ja 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 Ich brauche da Munition. Oh wow. Ok, ich seh mich jetzt zumindest hier unten rechts und bin ganz weit unten. Aber es wird schon, es wird schon. Ich konzentrier mich mal auf Pfeil am Boden. Das konnte ich schon immer besser als das andere. Das wollte ich in Vorhorn auch immer spielen. Aber es gab es ja glaube ich nicht mal. Vielleicht nur kurzzeitig als Spezialattacke, aber sonst. Schade. Und zur Einfrau. Huh. Team Schaden. Wo kam der her? Jawoll. Ich bin im Rang aufgestiegen. Mein Ping ist zwar noch immer eine Katastrophe, aber ich glaube das ist jetzt nicht so schlimm hier. Hm. Warum auch immer mein Ping so hoch ist. Ich schiebe einfach alles auf den Ping, oder? Woher? Was ist ja? Deine Güter. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Sen, guten Tag. Oh, die kommt von Duart. Ah! Nein, Schub! Ja, klar! Damit wird ihn nicht! Wuh! Nein, schub! Ja, klar! Wuh! 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 Hä? Hä? Hä, irgendwie... Munition! Gibt's denn hier Munition? Wo gibt es die Munition? Wäre ich nicht schlecht, wenn ich Munition hätte. Ah, Muni. Voll versteckt wie müde. Ich habe halt null Hilf. Schöner Treffer. Schade, das wäre so geil, hätte ich ihn jetzt auch noch getroffen. Oh. Das hat aber jetzt irgendwie mehr Spaß gemacht, als normal. Das war schon witzig, irgendwie. Ich glaube, ich werde mich wirklich vorerst einmal auf dem Bogen und so spezialisieren, damit ich den nochmal beherrsche. Auch wenn es viele andere Leute machen, aber naja. Der Bogen ist, finde ich, irgendwie effektiver. Alle wollen die Mounten. Oh, alle wollen da hin. Okay. Da sieht man, wie viele Spiele hier sind. 2, 5, 17. Und dann selber ändert die Map. Oh. Das konnte ich nicht mit meinem Schild. Paraden. Äh. Drücke. Entfernen. Neuanfang. Bevor man stirbt, einfach endrücken, damit der Gegner keinen Kill bekommt, oder wie. ... ... ... ... ... ... Ist das ein Boss? Nein. Schön hier. Oh, sie sind hier. Schmied. Schmiede. Irgendwie könnte ich den Hammer auch nehmen, dann könnte ich solche Sachen bauen, oder so. Mach das. Schöner Ausguck. Haha. Null. Schmiede. Schmiede. Hö. Abonni. Oh, mit der Armbrust, alles klar. Was ist, wenn ich mich eigentlich von hinten anschleiche? Obwohl, es geht eigentlich nicht, weil es spawnen. Spawnen eigentlich immer welche mag. Das war halt nicht praktisch. Irgendwie, im Kopf fast ja wegen ein paar Küchen mit drauf. Oh Gott hier ist zu viel los Oh Gott, ich habe meinen Wettbewerb Ich habe meinen Wettbewerb Ich habe meinen Wettbewerb Da ist ein Bauer dabei, der hat überhaupt keine Waffe Ich treffe hier gerade nichts Sieht gerade schlecht aus Aber wirkliche Kills mache ich hier nicht Was ist denn los mit mir? Treffe ich hier wenigstens einen Pfeil? Ha! Ich habe eine Errungenschaft eingeschafft und wahrscheinlich etwas mit Töte einen Gegner während du tot bist So, ich bin wieder da Ich gehe mal da rauf wieder Oh Gott, da wird mir schwindelig Oh, Pfeile Glaube ich Das wäre so cool wenn ich da treffen würde Aber wohl eher nicht Oh Gott Ah, fast Okay, ich gehe dann mal Oh, das überlebe ich nicht, oder? Ah Hat zwar Knacks gemacht, aber ich lebe noch Ja Jawohl Ah, ich höre mal gut Hä? Hä? Ich treffe da gar nichts Hä? Ich treffe da gar nichts Hilfe, ich treffe hier nichts Was ist denn jetzt auf einmal los? Was ist denn jetzt auf einmal los? Zuerst voll gut gestartet und dann Und dann Dann nix Oh Mann, ich bin ja fast getroffen Heee Baaah Ich habe ja nicht mal Schuhe an Hä? Den hätte ich treffen müssen Ich habe ja noch mal mit dem Vorschlag getroffen Der hat noch so viel liegen gehabt Jetzt hat er die Ballister Den vermuten Wann hoch Ernsthaft, das weiß er Er weiß, dass ich hier bin? Ernsthaft? Er wusste das sofort? Ja, ich spawne und bin sofort hin. Ich spawne und bin sofort hin. Ich will los. Bist du hier rauf? Nein, geht nicht oder was? Geht nun von der Seite. Der Alt. Ähm, ja. Ja. Okay. Ich wollte es probieren. Ich wollte probieren, ob man da stirbt. Komm. Ja. Warnen. Jawoll. Einfach in die Menge rein. Ich werde schon kein Verbündeten treffen. Team Schaub. Boah. Balliste. Klar, da steht wieder jemand unten. Der trifft ja. Ging es zu mir? Was ist denn los bei mir? Kill Def. Platz 28. Was ist denn? Was? Was soll denn das? Was? Warum? Was ist denn los? Was? Was ist denn los? Geil. Strukturen. Schade. Haha. Was ist? Also für die Leute, die vielleicht glauben, ach komm, das ist doch nicht so schwer, spielt das Spiel selber mal. Das ist wirklich nicht so einfach. Was wollte ich statt dem Dings machen, statt dem Zweihänder, also statt dem Kampfstab, was wollte ich da machen? Irgendwas habe ich zuerst gesagt. Hm, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, das ist nicht. Da riecht man hoch. Hm. Komm schon. Jawohl. So. Christ in Peace. Ha. Da du es einfach. Ich habe kein Dings mehr. Keine Pfeiler mehr. Nicht schießen. Ja, komm. Wie lange hat mich der jetzt verfolgt? Die ganze Zeit wahrscheinlich, oder? Ich bin Schauschütze. Ich komme da runter. Ich komme da runter. das sieht mich keiner da werden raufbomben geworfen das hinschaden gibt natürlich auch einen guten kill ich bin so bei unten dass man nicht gar nichts sieht kann man irgendwie rüberstehen oh man Er braucht sehr lange zum Spannen, der Bogen. Was war denn das jetzt gerade? Wovon wurde ich jetzt gerade Zeuge? Unsportliches Verhalten, oder was? Ah, ein Hammer, genau. Ja klar, der dreht sich einmal kurz um, macht einen Schlag, bin hin. Ausrüstung ändern. So warte mal, bearbeiten. Kampfstab. Weg geben. Hammer. So. Wo kam den hier? Ich verbrüge euch alle mit dem Hammer dann, wenn ihr zu nahe kommt. Das mit dem Teamscharm tut mir ja leid, sorry Team, was war denn das ist gerade das Pferd? Was? Kein Treffer, ist schon Wahnsinn. Dafür ist der wirklich mit dem Headshot in die meisten daumen glaube ich. Dafür ist der Rekursivung natürlich super, äh unsere Basis wird hier eingenommen, ich möchte nur sagen. Schnell hoch. Das ist natürlich extrem viel Glück braucht man hier. Um wirklich zu treffen. Also auf so eine Entfernung wieder hier hinten. Leider sehe ich den Pferl nicht richtig, wo er landet. Oh ja vielleicht gerade eben habe ich ihn gesehen. Somit kann man dann natürlich auch besser einschätzen, wie man schießen sollte. Habe ich von Overwatch gelernt, ihr passt alle. Jawohl. Jawohl. Ich meine die Frage wo schießt man hin, wo trifft man am besten. Jawohl. Jawohl. Oh Pferle. Nimm doch. Den hätte ich reifen müssen. Die Basis sind glaube ich auch nicht so schlecht mit der Musik. Ich glaube das amüsiert die meisten Leute. Schöner Breffer. So komm. Jawohl. Leider kein Headshot. Wäre sicher machbar. Jawohl. Jawoll! Die Mission sieht wieder aus. Ich dachte schon die Kisten kann man nur einmal verwenden oder so, weil sie ja immer zugehen. Der Feind hat irgendwas erobert. Wird Zeit zurück zu erobern. Treffe ich einfach nicht. Ja! Schön! Uh! Okay, der war nice. Ich habe zwar jetzt immer wieder jemanden getroffen, aber bringt noch nichts. Man muss als Bodenschütze vielleicht doch wirklich in einer sehr hohen Frequenz treffen und töten. Ich glaube vielleicht jetzt nackend oder sowas gibt man doch mehr Punkte. Oh man! Das war unsere letzte Verteidigungsstellung. Ich gehe da mal hier rauf. Oh, hier gibt es keine Munition. Oh! Oh! Jawoll! Oh! 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 ist vergleichbar. Wo sind die Leute die herumstehen? Die würde ich gerne treffen. Oder andere Bogenschützen halt. Weil Leute die hier im Kampf sind, die sind natürlich noch schwieriger zu treffen. Wieso kann der eigentlich keinen gespannten Boden halten? Wie schwach ist denn der? Dass er dann immer so... Das ist doch nur eine Szene die gespannt wird. Ich frage mich immer von wo? Von wo schießen die? Kommt, ich hab ja jetzt schnell sparen. Wieso? 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 Ich glaube, das verlieren wir. Mach's halt von hier oben. Ah ja, das kennen wir ja. Ach Gott. Toll. Den habe ich nicht gesehen, dass der da ist. Hehehe. Okay, das sind Mbits. Den müssen wir töten. Ah, den müssen wir auch verteidigen. Das ist das sehr gut. Wieso? Das ist das, die nimmst du zu machen. Ah ja, das ist ein Schmerz! Wieso? Diggst du mit. Immerhin, 37 Schaden oder was das da war. Das war's eh. Er spielt dabei weiter. Gibt's Rüstungen? Toll, ich mit dem Bogen. Ja, klar. Oh, wir haben den getroffen. Ja, geht eigentlich von der Platzierung her. 450 Gold, sehr schön. 380 XP. Okay, so, ich werde aber hier kurz auf Menü. So, das sind jetzt eh zwei Folgen. Ich werde da in der Mitte wahrscheinlich geschnitten haben. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen, ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen alleine. Und wenn ihr, ganz wichtig, wenn ihr es haben wollt, dass hier noch mehrere Folgen kommen. Also in einem größeren Ausmaß. Dann bitte gerne einen Kommentar da lassen. Ansonsten spiele ich jetzt wahrscheinlich als Let's Play Random weiter. Heißt also immer wieder eine Folge. Wenn wir das Spiel dann noch zusagen. Schauen wir mal, ja. Also ich spiele hier ein bisschen weiter. Ich mache ein bisschen Üben. Und dann sehen wir uns in Let's Play Random. Und ja, wenn ihr es gerne öfter haben wollt, dann bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Auch natürlich gerne ein Feedback. Wie findet ihr das Spiel? Hat das Potenzial? Ja, es ist ja der Hit momentan. Würde mich ganz interessieren. Wie fandet ihr das? Und würdet ihr es selber spielen? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lass ein Like da für den Hans. Und ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Krabikerat. Tschüss. Tschüss.